Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einer neuen Reaction. Ihr seht ihr, da steht schon UFU361 Feature in Luciano. Geht Gas, wir reacten heute auf das, das zweite Mal. Text, okay, UFU361 und Luciano. Mix Master, Mix Bar, okay, hab schon mal gehört. Deco 1, U zu Gras. Art der Beats, hab ich auch schon mal gehört. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie Luciano und UFU zusammenfassen. Ich hab mir schon mal das WUNWUN von der Opfer geschaut. Habt's gehört, ihr wisst Bescheid. Alter, so geil, jetzt die Verzerrung nur. Es hätte vielleicht auch blau sein sollen und er hätte mehr pushen sollen. Aber ich hab gehört, er sollte, es ist voll wie Push. Geil. Kaiser war nicht UFU, sag doch. Einfach die Auto-C-Szene, zu krass. Richtig geil, nur der Beat ist nicht so krass, wie ich mir gedacht habe. Ah ja, genau, und heute kommt vielleicht noch Beat und Shaker raus. Na, ich war nur noch ein Sohn. Jetzt geht es nämlich, wie ich hätte schon in zwei Wochen den Film mehr aus tun können. Das heißt so. Da sieht man schon Luziano und hört man ihn auch im Untergrund. Schauen wir mal, wie er auf den Beat reagiert und wie krass er ist. Okay, das ist die Tüfe. Der Bischöne, der Bischöne, der bietet ja anders sein soll. Alter, zu krass. Nur U von 30 sind los, ich weiß nicht, ob die zusammenpassen. Das ist richtig geil, das Musikvideo. Jetzt das anzukriegen, ist schade, dass die Stimme leider mit dem Motogrisch untergeht. Ich hätte gern gehabt, dass die Stimme lauter ist. Vor Uf zumindest. Und es sollte wieder so ein Schall sein, wie Ben. Wie bei Pass auf, wen du liebst. Und es sollte wieder so ein Schall sein, wie bei Pass auf, wen du liebst. Und es sollte wieder so ein Schall sein. Geil, das wird sicher ein, das wird sicher auch Geld geben. Ich wollte nur sagen, das ist so eine richtige Pause. Da kann man so richtig tanzen und der geht so richtig nach vorne. Ich kann mich von dem Album werden, sicher, pass auf, wenn du liebst. Und das ist mein Lieblingsrund dabei. Sonst. Sonst. Warte mal, wie geht das? Wait. Ja, ich wollte nur sagen, wenn ihr Ufo supporten wolltet, kauft euch die Box und mir ist sie leider zu teuer. Ich kaufe mir nur die CD. Und ihr wisst Bescheid, Promenkant schickt und nicht vergessen zu abonnieren. Und ciao zur zweiten Rage.